Alles klar. Gut, also herzlich willkommen zum Vortrag über die Linkenball. Da im Publikum Leute anwesend sind, die kein Englisch sprechen, werde ich den Vortrag auf Deutsch machen, mit englischen Folien. So, as we have people in the audience that do not speak English, but everybody here speaks German, I'm going to do this talk in German. Sorry for the English people that will watch the stream, but I will show English slides so you should get what I'm talking about. Gut, also mein Name ist Stefan Schimmans, ich bin Mitglied der Blinken-Area und ich zähle jetzt für die Linkenball. Und wie das alles anfing ist, im Jahre 2005, am 10. Juni, hat der Avalon in Ebay eine große LED-Anzeigetafel gesehen mit 20.000 LEDs. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 20.000 in 2005, das war so schon ziemlich ordentlich. Und am 12. Juni hat der ST erst der Blinken-Area das Ding dann ersteigert. Und am 23. Juni ist dann die Wand mit hier in das Pox in Poxer-Stars Keller umgezogen. Und dann hatten wir da eine LED-Wand hängen, die von hier bis hier 2 Meter breit ist, 1 Meter hoch, 200 Kilogramm wiegt und 240 x 96 Pixel hat. Leider tat das Ding erstmal genau nichts. Gut, das bleibt daran. 1986 ist in die Wand ein alter Controller eingebaut worden, der zu dieser Zeit natürlich Stand der Technik war. Der basiert auf mehreren Z80-Prozessoren. Und das habe ich leider selber nicht mitbekommen, aber man hat mir das dann erzählt. Als das Ding eingeschaltet wurde, hat es ein paar Mal das Display ausgeschaltet, kurz nachgedacht, ein neues Bild angezeigt, aber nicht mehr so hundertprozentig das getan, was es sollte. Also man hat gesehen, dass es nicht mehr ganz funktionierte. Und nach ein paar Mal einem rausschalten war es dann völlig kaputt. Ja, also der funktioniert nicht mehr. Also am 24. Juli war ich bei Sascha und wir haben gesagt, so, Reverse Engineering los. Und wir haben probiert dann mal rauszufinden, wie denn diese Wand von innen überhaupt funktioniert und ob wir dann vielleicht noch was sinnvolles mit anderen machen. Das ist eine Rückansicht der Wand. Und wir sehen hier jede Menge Netzteile. Zwölf Stück, 150 Watt jedes. Hier haben wir ein paar 230-Volt-Leitungen. Und hier unten haben wir jede Menge 5-Volt-Leitungen in Rot. Aus jedem Netzteil kommen drei Stück raus. Das heißt, hier wo der Pfeil endet, das sind wirklich drei Kabel. Und in jedem von diesen Kabel fließen 10 Ampere. Das kann man sich dann ausrechnen, dass das ganz schön viel Strom ist, was da gebaut wird, um durch die LED durchzufließen. Gut, von vorne ist das Ding natürlich wesentlich interessanter. Wenn man das Lochblech vorne abschraubt, sieht das so aus. Man kann also zwischen den Leitungen durchschauen. Und rangezoomt sieht es dann so aus. Und noch mehr rangezoomt und ein bisschen gedreht, sieht man dann einzelne Platinen, die jeweils 48 LEDs haben. Das heißt, die gehen hier von oben bis zur Mitte und dann von der Mitte bis unten. Neben diesen LED-Ports hat man unten die sogenannten unteren Platinen, wie wir sie einfach genannt haben. Und hier in dem anderen Bild sieht man noch, auch in der Mitte sind noch solche Platinen und oben sind auch Platinen drin. Und darauf stecken dann diese LED-Spiele. Gut, dann gehen wir jetzt mal Stück für Stück diese ganzen Platinen durch. So sieht eine LED-Platine aus. Wir haben hier zwei Hauptstecker. Die eine steckt auf der oberen, der andere auf der mittleren Platine. Für die LED-Streifen, die oben hängen und für die LED-Streifen, die die unterer Hälfte bilden, sind die halt eben an der Mitte und unten angeschlossen. Weiter haben wir natürlich 48 LEDs auf so einer Platine. Und diese sechs Chips. Das sind hier Low-Core-Shop-Key-TTL-ICs. Also das, was vor 1986 die Rot- und Butter-IC-Serie war. Und das sind Schieberegister. Da der SC in seinen Vortrag ja schon darauf hingewiesen hat, wie Schieberegister funktionieren und dass das für hier den Vortrag wichtig ist, muss ich leider sagen, das sind andere Schieberegister. Die schieben zwar auch Bits rein, aber die haben nicht diese schöne Funktion, dass man die Bits still da reinschieben kann und dann auf einen Knall die Bits einen Ausgang übernimmt, sondern der Ausgang übernimmt immer. Das heißt, man sieht an den Ausgängen, die Bits da reinwandern und da rauswandern. Das ist natürlich schlecht, denn während man das Bild ändert, wollen wir ja nicht, dass es angezeigt wird, weil dann würde man da zwischen ja irgendwelchen grünen Kram auf dem Display sehen, der kein Bild ergibt. Das wird gleich noch wichtig. So, zusätzlich haben wir hier einen Transistor drauf und der ist genau aus diesem Grund da drauf. Denn wenn man diesen Transistor hier abschaltet, gehen alle LEDs auf dem Board aus. Dann kann man schieben und wieder einschalten. Gut, das ist das LED-Board. So sieht das als Schaltplan aus. Wir haben Stromeingang und diesen Output-Enable-Pin, der die LEDs einfach ausschalten kann. Wir haben einen Clock, mit dem man die Daten hier reinschiebt und die Daten, die hier hinten dann rauskommen, nach 48 Schritten, fallen die aus dem Data-Output wieder raus. Das komplizierteste Board sind diese unteren Platinen. Die haben zuerst mal jede Menge Stecker. Das sind die Lötpins, wo die LED-Boards eingesteckt sind. Und hier haben wir eine Leitung, die jeweils zu den oberen und mittleren Boards geht. Das ist so, dass dieses Board hier 16 LED-Streifen hat und genau zu jedem unteren Board gibt es dann eins in der Mitte und eins oben. Und da geht dieses Kabel hier hin. Das ist ein Flachbandkabel, damit sind alle unteren Platinen parallel geschaltet und das ging damals zum Main-Controller. Und hier unten sind noch so kleine Stecker, da haben wir zuerst überhaupt nicht verstanden, was die tun. Damit sind die ganzen Platinen in Reihe geschaltet. Das heißt, hier haben wir einfach so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu dem Board, das links daneben ist und hier haben wir so eine Brücke zu dem Kabel rechts. So, wenn man dann im Prinzip rumdreht, sieht man da jede Menge Chips. Zuerst mal, das sind differenzielle Leitungstreiber. Das heißt, für die, die es nicht kennen, ein normales Logik-Signal ist halt 0V für 0 und 5V für 1 bei TTLogik. Und ein differenzielles Signal, da hat man für jedes Blitz zwei Leitungen. Entweder ist das eine High und das andere Low, dann ist das 1 und wenn die genau andersrum stehen, dann ist es halt eine 0. Und das macht man, weil man dann die Kabel länger machen kann und auch resistenter gegen Störungen ist. Ist aber für die Logik der Wand völlig egal. Deswegen habe ich das aus den ganzen Block-Shirt-Bildern jetzt einfach rausgelassen und man sieht einfach nur eine Linie, wo die Dinger sind. Ja, wo es den Line-Driver gibt, gibt es natürlich auch den Receiver und das Signal, was differenziell ist, dann wieder umzuwandeln in ein normales Signal. Und dann gibt es hier noch diese D-Flip-Flop-Chips und die sind verschaltet als 1-Bit-Schieberegister. Ja, dann mit Rometern durchpiepen und mal feststellen, was die Platine dann so genau tut. Und das hier ist jetzt die Schaltung für ein halbes, unteres Board. Das heißt für acht LED-Streifen. Und da haben wir hier zuerst mal die Bits, die vom Controller kommen. Das sind acht Datenbits, ein Clock und der Output Enable. Ich fange mal mit dem einfachsten an. Der Output Enable ist ganz einfach. Das wird einfach verteilt an die ganzen LED-Boards und an die Stecker, die nach oben und zur Mitte gehen. Das heißt, das ist einfach bei der gesamten Wand parallelgeschaltet. Wir haben ein Bit. Wenn es eins ist, geht die Wand an. Wenn es null ist, geht die ganze Wand aus. Dann die Datenbits. Ja, es kommen acht Datenbits vom Hauptkontrole. Und da geht einfach ein Bit zu jedem LED-Streifen. Das ist auch noch einfach. Und jetzt kommt diese wilde Clock-Mechanik oder Elektrik. Der Clock, der vom Hauptcontroller kommt, ist der Clock von diesem Schiebenregister. Das heißt, der schiebt hier dieses eine Bit hier durch. Und dieses Select getaufte Signal sind halt diese kleinen Drücken unten. Damit werden diese ein Bit-Schiebenregister dann zu einem großen Schiebenregister zusammengeschoben. Das heißt, alles was hier von links über diese kleinen Kabel reinkommt, wird hier mit dem Clock weitergeschoben und fällt dann rechts aus der Partie wieder raus. Und gleichzeitig ist dieser Ausgang dann der Clock für die LED-Streifen. Also eine ziemlich überraschende Verkabelung. Gut. Das mittlere Board ist wesentlich einfacher. Ich habe das für den Clock ein bisschen vereinfacht. Also in Wirklichkeit gibt es da noch ein paar andere Drähte. Irgendwas ist doppelt ausgelegt. Aber das braucht man für die Logik der Wand gar nicht wirklich. Also unten stecken die unteren LED-Plattinen dran, oben die oberen LED-Plattinen. Das ist das Kabel, das von unten kommt. Und hier gibt es dann auch wieder diese differenziellen Treiber. Ein paar D-Flip-Sops. Die werden hier aber nicht als Schiebenregister benutzt, sondern nur als Buffer für die Daten. Und dann gibt es noch schmittrige Inverter, die polieren das Clock-Signal da ein bisschen auch, dass die Kanten wieder schön eckig werden. Ja, wenn man den ganzen signaltechnischen Verbesserungskram weglässt, dann sieht das so aus, dass wir einfach nur das Datenblut, was von den unteren LEDs kommt, an die oberen LEDs weiterreicht. Und die oberen kriegen auch noch den Clock und auch noch eine Enable von dem unteren Board. Das ist alles. So, dann haben wir noch die oberen Platine. Die mache ich mal auf einer Folie. Ja, da haben wir auch wieder die Stecker für die LED-Boards. Das Kabel verbunden. Wieder differenzielle Empfänger. Wieder ein Schmittträger im Werter. Aber leider alles, was dieses Board tut, ist für diesen Talkwerk rationalisiert. Das ist für die Logik nicht wichtig. Und wenn ich da alles in Detail drauf eingegangen wäre, hätte das den Talk sicherlich gesprengt. Gut, also fällt das den Blockdiagramm weg. Und das Blockdiagramm in logischer Ansicht von der ganzen Bahn sieht so aus. Wir haben hier unten diesen 30-Bit-Schieberegister, der aus diesen ganzen 1-Bit-Schieberegistern zusammengeschaltet ist. Der wird auch vom Hauptcontroller gespeist mit dem Select-Bit als Daten und dem Clock-Bit, um weiterzuschieben. Die Ausgänge sind dann die Clocks, die diese LED-Schieberegister ansteuern. Und die beiden LED-Spalten sind zusammengesteckt durch ein logisches Schieberegister, 96-Bit. Und weil man immer 8 Parallelen hat von diesen LED-Streifen, ist das praktisch ein Schieberegister, wo in dieser Richtung 8 Bits drin liegen, also horizontal, und das in 96 Stufen dann nach oben geschaufelt wird. Und daran hängen dann genau 8 x 96 LED-Streifen. Also ein so schmaler Streifen mit 8 LED-Streifen. Das Ganze ist dann in der Wand 30 mal drin. Und der Datenbus ist einfach parallel durch verbunden. So, wie können wir das jetzt benutzen, um irgendwas mit der Wand zu tun? Das habe ich jetzt mal am Beispiel dargestellt. Also hier habe ich ein bisschen gepusht. Das Bild hier hat schon Graustufen, das ist jetzt das Event vom Logo. Das soll jetzt mal für diese Erklärung unser altes Bild sein, was die Wand bis jetzt angezeigt hat. Und wir wollen jetzt ein neues Bild reinpacken. Das ist natürlich so, dass diese Schieberegister nicht statisch Graustufen anzeigen können. Aber habe ich jetzt hier einfach mal ein Graustufenbild verwendet. So. Ich habe hier angedeutet, in hellgrau, ich weiß nicht, jetzt kann man das sehen auf Mima. Ich hoffe, hier sind noch alte Daten drin. Und im Moment ist der Output Enable hier rot, also Plus. Die Wand ist an. Und der Clock ist Minus. Das heißt, was auf den ganzen Datenpins hier los ist, interessiert uns nicht. Im ersten Schritt wird dann der Output Enable abgeschaltet. Das heißt, die Wand wird dunkel. Damit wir, wenn wir den Witz reinschieben, keinen Geflimmer auf den MTS haben. Das erste Wort, was so da reingeschoben wird, sind dann die 8 Bit für die oberen linken 8 Pixel. Die landen dann beim ersten Clock hier, hier unten, in dem beim ersten Clock auch dieses Select Bit 1 ist. Das heißt, hier dieses Schieberegister enthält normalerweise immer alles Null. Und an einer Stelle eine 1. Und wenn wir links anfangen, schieben wir über dieses Select Bit hier eine 1 rein. Damit wirkt der Clock auf diese Schieberegister. Und die anderen, die hier alle sind, die bleiben einfach stehen. Das sieht man hier jetzt auch. Hier diese alten Daten sind ein Stück hochgerutscht. Und hier hinten sind sie stehenden Bieten. In den nächsten Schritten, für die weiteren Pixel, wird hier der Clock immer an- und ausgeschaltet, um diese ganzen Schieberegister in der Mitte zu clocken. Damit wandert dieses 1 Bit hier durch. Über das Select werden hier Nullen reingeschoben. Und damit wird in jedem Clock eine 8er Spalte weiter getriggert und lädt neue Daten. Ja, das machen wir bis wir am Ende angekommen sind. Und da schieben wir dann die Daten für den oberen rechten Pixel verbunden rein. Für die oberen rechten Pixel rein. Ja, dann geht es so weiter. Viele Zeilen mehr. Ganz oft Clock. Immer für das linke Bild hier die 1 reinschieben. Der Rest 0. Und irgendwann sind wir in der letzten Zeile angekommen. Da wird dann genauso wie in der obersten Zeile zuerst die linken Daten reingeschoben. Hier für der 1. Dann die ganzen mittleren, die hier nicht gezeichnet sind. Da ist das Select immer 0. Und auch für den letzten ist das Select 0. Da ist die 1 dann hier hinten angekommen. Wir schieben die Daten rein. Und wir sehen jetzt, wir haben hier das Schieberegister und die alle komplett mit neuen Daten versorgt. Der letzte Schritt, den wir machen müssen, ist einfach anschalten. Und dann haben wir das Blinken hier oben auf der Hand. Gut. Jetzt wollten wir natürlich was mit diesem Board machen. Mit dieser Wand machen. Und wir hatten diesen differenziellen Leitungstreiber. Das heißt, alle Inputs, die wir in der Wand hatten, hatten diese schönen differenziellen Inputs. Mit diesen A1 26 LS 31 Chips. Und naja gut, wir hatten das ja 2015. Die Chips gab es 1986. Ja, und dann haben wir auch unsere 24 Juni gehabt. Dann hatten wir schon am Samstag. Die Elektronik lädt in St. Augustin mal auf. Oder war es Siegburg? Ich weiß es gar nicht mehr. St. Augustin. St. Augustin, gut. Dann sind wir einfach in den Laden reingegangen und haben es einfach mal probiert. Und dann sagte der Mann, oh ja, ich habe da einen Vergleichstyp. Der heißt nicht A1 vorne, sondern DS. Aber wir waren damit in der Lage, diese Lochwasserplatte als Prototyp aufzubauen. Die übrigens immer in der Wand auch so drin ist. Also drei Treiber. Hier ein paar DIP-Schalter zum rumspielen. Wo wir die normalen 05-Schalter-Inputs haben. Und hier hinten nur die Ruppenkabel, formen dann die differenziellen Signale raus. Ja, das hat natürlich beim Reverse Engineering ein bisschen geholfen. Aber man will die Witz ja nicht von Hand immer klicken. Deswegen haben wir dann spontan einen Mikrocontroller gesucht, wo wir irgendwie bequem Daten mit an die Wand ausgeben können. 2005 hatte ich gerade zusammen mit dem Chaos Computer Club Aachen das sogenannte 8-Bit am Isanet entwickelt. Das ist einfach der Versuch, an einen 8-Bit-Mikrocontroller irgendwie Isanet heranzukriegen. Und das Ding besteht aus einem Mega 128. Das ist hier der kleinere Chip. Das ist einfach ein 16 Megahertz Mikrocontroller und ein 128 Kilowatt Gramm-Speicher und 4 Kilowatt statischen RAM. Und als Isanet-Controller habe ich den NE2000-kompatiblen RTL 1819 verwendet, also das man normalerweise auf diesen alten Isanetzwerkkarten drauf hatte. Und dann hat das Ding hier noch ein paar IO-Bots. Das ist also die Kabelkante. Ja, das haben wir dann so zusammengesteckt. Das heißt, wir haben oben das LED-Display mit Clock-Select-Daten-Output-Enable. Dann die Lochwasserplatte mit den differenziellen Treibern. Und unten dann das 8-Biter-Isanet. Das hat eine 10-Megabit-Verbindung zu einem PC oder einem Mac. Und darauf haben wir dann, weil es verfügbar war, einfach mal den M-Player mit Linkenlight-Aufput verwendet. Der sendet halt seit Linkenlight-Arcade dieses MCU-Format aus. Und dann haben wir schnell ein kleines Converter-Ding zusammengehackt, was uns die Rausstufen, die aus dem M-Player-Plug-In rauskommen, auf 1.0, also nur an und aus runterrechnet. Und das dann in kleineren OBP-Paketen an den Mikrocontroller schickt, sodass wir Video auf der Wand anzeigen können. So sah das Ganze aus. Hier war vorher der alte Controller auf diesem Blech. Da ist jetzt die Treiberplatine und das 8-Biter-Isanet. Das hat so eine Telefon-Tastatur, damit man da eine IP-Adresse eingeben kann, die es hat. Und ja, ein professionell isoliertes Netzteil. Ja, und da waren wir in der Lage, alle 23.040 LEDs anzusteuern. Aber keine Sorge, das ist ja keine schlimme Zahl. 23.040, hier sind die anderen zwei. Okay, ja, und dann kommt niemand sowas. Das heißt, wir konnten dann mit N-Player-Videos abspielen, die dann hart bei Baustuch 128 in Anna ausgefeilt wurden. Und einige Demo-Videos oder so konnte man sich da wunderbar damit angucken. Das war dann der Stand, den die Wand lange hatte. Und erstmalig öffentlich wurde das dann auf dem WhatsApp-Rail 2005. Hier ein Foto auf dem Cocktail, was ich hier aufgrund der Person etwas anonymisiert habe. Das hat dann beim WhatsApp-Hack die ganze Zeit da gehandelt und schön den Telefonanlagestatus angezeigt. Aber man sieht, das war noch nur Text, nur an und aus. Es war ein bisschen langweilig. Das hat so einige Events mitgemacht, das Display. Aber auf der Haare ist das dann zu langweilig geworden. Und wir haben gesagt, ja, da muss man noch mehr machen können. Und dann haben wir kurzerhand in dieses Converter-Tool, was es da gab, Dissering eingebaut, nach dem Freud-Steinberg-Algorithmus. Der ist ziemlich einfach und in Wikipedia aufgeschrieben, wie das geht. Ja, was ist das? Also wenn wir diesen Farbübergang oder Rundstufenübergang anzeigen wollen, das können wir nicht. Dann macht die Wand bis jetzt das. Also alles, was zu dunkel ist, wird ausgemacht. Alles, was hell genug ist, geht an. Und Dissering macht dann halt das. Das heißt, er versucht durch Aufrasterung und Verteilen der Fehler, dann halt hier so ein Punkt-Raster-Muster zu machen. Und es sieht dann wesentlich besser aus. Das hat allerdings bei Videos einen ganz entscheidenden Nachteil. Weil er das für jedes Bild einzeln berechnet flimmert, das klingt unheimlich. Weil er jedes Mal diese Punkte hier, also wenn sich hier oben eine Graustruhe ändert und hier einen Punkt angeht, dann verrutschen alle anderen einen nach rechts und einen nach links. Und das ist eine ganz schöne Flimmerei. Naja, also wir brauchen Graustruhen. Das ist dann was, was man üblicherweise bei so digitalen Schaltungen mit Kurzbreiten-Mobulationen macht. Und damit man das sehen kann oder sich angucken kann und nicht sieht, wie das an- und ausgeschaltet wird, muss man das schnell genug machen mit, sagen wir mal, mindestens 80 Hertz. Das funktioniert dann so, wenn wir unseren Farbenübergang anzeigen wollen, zeigen wir zuerst das Bild hier an, für eine kurze Zeit. Dann dieses Bild für etwas länger. Das Bild noch etwas länger. Dann fangen wir vorne wieder an. Und was man dann sieht, ist das hier. Hier vorne ist es nie an, deshalb ist es dunkel. Hier ist es nur im ersten Bild an. Und hier hinten ist es in allen drei Bildern an, deshalb ist es am hellsten. So, jetzt warum wird das hier länger? Warum muss die Zeit länger werden? Das liegt einfach daran, dass das menschliche Auge nicht in linear guckt, sondern die Helligkeitsunterschiede, die man wahrnehmen kann, hängen von der Helligkeit ab. Das heißt, wenn es dunkel ist, sehe ich noch ganz kleine Helligkeitsunterschiede. Wenn es hell ist, dann muss es einen großen Helligkeitsunterschied geben. Damit man den Unterschied noch wahrnimmt. Und deswegen muss man das hier quadratisch machen. Das heißt, das erste Bild dauert eine Millisekunde, die ersten zwei Bilder zusammendauern vier, die ersten drei Bilder zusammendauern dann halt neun. Gut. Was wollen wir machen? Geht das mit dieser Wand, wo nur Maschine-Registrater 1985 oder 1986 drin sind? Naja, also was müssen wir tun? Wir müssen halt für acht Pixel auszugeben drei Schritte machen. Wir müssen im ersten Schritt die Daten anlegen, im zweiten Schritt das Clockwork setzen, im dritten Schritt das Clockwork löschen. Was müssen wir für jeden Pixel machen? Für jede achten Pixel müssen wir das machen. Das heißt, für eine Zeile müssen wir das 30 Mal machen, also 90 Schritte. Die Wand hat ungefähr 100 Zeilen, also müssen wir das ungefähr 9000 Mal machen. So, dann haben wir mal die Datenwerte von den Chips angeguckt. Die haben eine Durchlaufverzögerung von 36 Nanosekunden, also das langsamste Chip da drin. Das heißt, wenn wir jetzt die bis zum Limit treiben und anlegen, wir könnten wirklich die WITs in der Größenordnung dieser Durchlaufverzögerung halten, dann würde das insgesamt dauern, so ein Bild rauszuschieben, 324 Mitrosekunden, also 0,3 Millisekunden. Das ist von der Größenordnung schon mal in diesen 1, 3, 5 Millisekunden, die ich da eben gezeigt hatte. Gut. Also sollte gehen. Wie viele Traustufen gehen denn da? So, jetzt habe ich hier ein bisschen Watte eingebaut. Muss man aber nicht verstehen, ich zeige es nochmal kurz, was wir da gerechnet haben. Also wir brauchen zum Ausgeben ungefähr 0,3 Millisekunden. In dieser Zeit ist das Display dunkel. Dann nehmen wir an, wir wollen n Graustufen ausgeben und das erste Bild wird für die Zeit t ausgegeben. Und wir wollen eine Frequenz von 80 Hz erreichen. Wenn man das aufschreibt, ist das, wir brauchen für die n Graustufen auszugeben, brauchen wir n-1 Schritte, die Graustufen 0 ist ja immer aus, die brauchen wir nicht ausgeben. Das heißt, wir haben n-1 mal o. Und dann haben wir 1 Millisekunden, 3 Millisekunden oder halt hier jetzt allgemein t. Das ist diese Summe hier. Die geht hier von 1, 3, 5 so hoch und dann mal t. Also das ist die Zeit, die 1 so ein Bild braucht. 1 durch die Zeit ist dann die Bildverwollfrequenz. Gut, wenn man das auflöst, kommt dann das raus. Ist nicht wichtig, ich habe es ausgerechnet, für die für Computer sinnvollen Anzeigen Graustufen. Wenn wir 2 Graustufen haben, also schwarz und weiß, dann haben wir 12 Millisekunden, wo das Bild da steht. Das passt. Wenn wir 4 Graustufen haben, hätten wir 1,3 Millisekunden, wo das Bild stehen bleibt. 2 Graustufen sind jetzt schwarz-weiß sozusagen. Genau, richtig. An und aus. Und für 8 Graustufen haben wir, wo das kürzeste Bild 0,2 Millisekunden stehen bleibt. Das ist ungefähr die Größenordnung, die das ausgeben dauert. Das heißt, da hätten wir beim vierten Bild ist die Wand die Haltezeit aus und die Haltezeit an. Und 60 Graustufen geht da nicht mehr, da hätten wir 36 Mikrosekunden. Und das heißt, die Wand geht eigentlich praktisch nur noch aus. Gut, deshalb haben wir gesagt, wir haben 8 Graustufen. Und haben das dann zuerst mal mit dem 8-Bild-Arisanet probiert. Also hier haben wir 8 Graustufen. Das war dann 2011. Und ja, also zuerst haben wir das mal gemessen, wie denn unser C-Programm den Output so macht. Und das dauert 3,5 Millisekunden. Also das geht schon mal nicht. Dann haben wir das mal schnell in der Sender portiert. Da sind wir auf 0,5 Millisekunden runtergekommen. Aber das ist ungefähr die 0,3. Also das hätte man mal probieren können, aber dann ist uns leider aufgefallen, naja, das Ding hat 4 Kilowatt Speicher. Das ist wesentlich weniger, als es ein Bild braucht. Also geht nicht. Dann hatten wir da so einen ARM7 mit 70 MHz. Der hatte natürlich mehr Speicher, mehr Clock und 32 Bit. Also alles ganz super. Und dann haben wir mal probiert, wie das denn so mit der I.O. Leistung ist. Und das Ding hat die wilde Eigenschaft, wenn man noch so einen I.O. vorzugreift. Braucht er 8 Takte. Und dann sind natürlich auch 72 MHz nicht mehr viel übrig. Geht also leider auch nicht. Und wir haben es dann tatsächlich auch nicht geschafft, an dem Wochenende da irgendwas hinzukriegen. Wir haben dann entschieden, dass wir jetzt VHDL lernen müssen und ein FPGA-Wort bestellen. Gut, so sieht das aus. Da haben wir irgendwie das kleinste genommen, was es so gab. Seilix Spartan 3 ist nicht mehr ganz aktuell. Zumindest hat es genug Speicher, 45 Kilowatt. Das läuft auf 50 MHz. Das ist ja langsamer als der ARM. Ja, aber das ist ein FPGA. Und in FPGA, da kann man ja die Logik drin bauen, die man möchte. Und das heißt, wenn ich einen ARM habe, und der läuft mit 70 MHz, kann ich in jedem Cycle eine Addition machen, einen Bund, einen Move, oder irgendwas anderes. Aber immer nur eine Sache. Ja, in der FPGA ist das ja so. Da kann ich die Logik zusammenbauen. Das läuft alles gleichzeitig. Das heißt, wenn ich da 1000 Addierer reinbaue und 1000 Vergleiche, dann mache ich in jedem Cycle 1000 Additionen und 1000 Vergleiche. Das heißt, die Rechnenlastung von dem Ding reicht schon auf jeden Fall. Zusätzlich hat das Ding noch 16x60 Pins unten drunter. Also 256 IOPins, die man potenziell, ja wie gesagt, die paar Betriebsprogramm-Pins, alle in jedem Cycle ändern kann. Also sehr vielversprechend. Gut, dann haben wir dieses FPGA-Bord an unsere differenzielle Treiberplatine angebaut. Und dann mal VHDL-Code geschrieben, der dieses Signal hier erzeugt. Also das hier ist glaube ich der Clock. Ich weiß nicht mehr ganz genau, das wurde leider nicht dokumentiert, was da gerade in dem Bild gemessen wurde. Aber wenn man sich das Timing anguckt, also wir sind da genau an diesen 36 bis 40 Nanosekunden für einen Clock-Impuls, sodass wir die Chips da wirklich bis zum Limit stressen. Aber es funktioniert auch. Und so sah es dann aus. So, das ist das Block-Scheinbild, wie es dann aussah. Wir haben hier oben wieder die Blinkenwand, hier die differenziellen Treiber, hier das bisschen VHDL-Code, was den Blinkenwall Outlook macht. Auf dem FPGA-Bord gibt es noch mehr, unter anderem 100 MBit Ethernet, REM, alles mögliche. Na ja, gut, da fehlt noch ein Stück. Ja, und das ist jetzt nicht so ganz einfach, denn FPGAs sind zwar schnell und super parallel, aber leider auch ziemlich doof. Das sind die beiden Dinger, die FPGAs im Prinzip können. Sie können logische Gatter und Flip-Flops. Und sonst halt nix. Ja, und dann... Klar, wir brauchen Ethernet, wir brauchen IP, wir brauchen UDP. Das habe ich dann probiert zu implementieren und das hat nicht geklappt. Das ist nicht so einfach. Ja, das habe ich dann weiter probiert, von Juni war es glaube ich bis zum Camp 2011. Und 2011 war aber der Zustand immer noch, dieses statische Testbild ging noch. Wir hatten mittlerweile noch ein anderes statisches Testbild, was ein bisschen besser aussah. Ja, und dann ging noch die alte Schaltung mit dem Video, aber Graustufen leider noch nicht. Und dann habe ich auch vom Camp entschieden, naja, wenn dir das FPGA halt so dumm ist, musst du da einen saugen Apfel beißen und auch dem FPGA halt so einen Prozessor machen. Gut. Und da habe ich mir den MIPS1-Prozessor ausgesucht. Warum MIPS1 und nicht ARM, oder ich hätte auch den AVR nachbauen können? Naja, MIPS1 hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Der ist sehr, sehr einfach. Also der hat keinen groben Status-Spec, der hat irgendwie 35 Instruktionen, ist viel, viel einfacher als ein ARM und auch einfacher als so ein 8-Bit AVR, weil der AVR so viele Status-Bits hat, die sich gegenseitig triggern. Habe ich auch probiert, wenn man das ins FPGA einkommt, das wird einfach zu langsam. Der läuft dann nicht mehr mit 50 MHz. Ja, und das Ding hat ECC-Support, das ist sehr schön, da kann man jetzt einen kleinen C schreiben. Und es ist nicht 8-Bit, sondern 32-Bit, also ein bisschen Power ist dann auch drin. Gut, so sieht das MIPS1-System aus. Ich würde sagen, so in Summe steckt da bestimmt 1-2 Mann-Monate drin, jede Menge Zeit VHDL. Also, das ist der Blinkenroll-Treiber, der hat zwei Fremdwaffer bekommen, damit man den einen befüllen kann, während der andere ausgegeben wird. und dann halt umswitchen. Ja, hier ist Code SRAM, wo dann halt der IP-Stack und der Blinkenroll-Treiber drin liegt. Das ist hauptsächlich das größte Stück VHDL, das ist der Prozessor-Core. Und hier ist noch VHDL-Code für Ethernet-Mac. Der Ethernet-Phi ist dann auf dem Board im Haber-Core. Gut. Das ist jetzt auf 100 Mbit. Das ist jetzt auf 100 Mbit. den Linken als Output, sondern wir haben jetzt gesagt, dann schreiben wir auch ein eigenes VU-Plug-In für den M-Play her. Das heißt ja nicht mehr VUBL, sondern jetzt VUBW für die Linken-Mobile. Ja, so sieht das dann aus für mein Video-Abspiel. Ich denke, das werden wahrscheinlich auch alle unten hängen gesehen haben, deshalb habe ich jetzt hier auch mal kein Video in den Vortrag reingesteckt. Ja, und dann ist es natürlich jetzt hier auf jeder Veranstaltung noch ein bisschen weiter gegangen. Da habe ich jetzt keine Folie mehr zu machen können. Das ist nämlich jetzt irgendwie zwei Stunden alt, das Feature. Eben haben wir vor Sascha's weg gesessen und muss ein bisschen rum gespielt. Und der hat dann ja immer diesen Quarz-Composer, womit man alles ganz toll und Grafikeffekte machen kann und so. Naja, und seit zwei Stunden gibt es jetzt auch ein Quarz-Output-Plug-In für niemand. Das heißt, man kann jetzt alles, was so videotechnisch geht, kann man jetzt machen. Wenn man mit 240 Pixeln dann weiter auskommt. Gut. Das war's. Dann möchte ich jetzt noch Danke sagen. Erstmal an die Firma Lumino aus Krefeld, die 1985 dieses Ding gebaut hat, bis 1986. Dann an Avalon, der das Ding in eBay gefunden hat und diese tollen Präsentationsfolienvorlage gebaut hat. Danke an ST, der das Ding spontan bei eBay für eine wahnsinnige Summe ersteigert hat. Vielen Dank an Sascha und teilweise auch der Rest von POC. Die waren, glaube ich, alle beteiligt, das Ding dann abzuholen, wo es stand. Das ein bisschen zu servicen, neue Lifter, neue Netzteile und das immer zu den Events mitzuschleppen. Das ist ja bei den 200 Kilo in Wochen nicht ganz so einfach. Ja, dann danke an die SIGINT für das Akzeptieren vom Vortrag und danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Gibt's Fragen? Warum? Warum? Raus. Ja klar. Seien es der MIX-1-Prozessor und Open Source? Geht er zur Verfügung, also deine Infiltrierung? Noch nicht. Fragen wiederholen Sie. Achso, jetzt war die Frage, ob der MIX-1-Prozessor Open Source ist. Also ich kann ihn gerne Open Source machen. Noch habe ich das nicht getan, das ist sogar zu viel Stress, aber werde ich machen, ja. Ist allerdings natürlich nicht vollständig mitrifiziert, das Timing ist leicht anders als beim Original, Disclaimer und so weiter. Ja? Ja. Reichen die 8 auch? Ja, okay. Ich wollte nur fragen, reichen die 8 Traustufen denn jetzt aus oder hätte man jetzt eigentlich lieber noch mehr? Weil ich glaube, ein Limit war ja jetzt diese Leitungstrafe dazwischen. Die könnte man ja jetzt noch rausnehmen und könnte dann vielleicht noch schneller takten. Ja, also 8 Traustufen reichen natürlich nicht, man will mehr natürlich. Also 60 wird es eigentlich schon sein. Das Problem ist nicht nur die Leitungstreiber, auch die Schieberegister sind kurz vorm Ende. Und in dieser Wand sind halt 2.880 Schieberegister drin. Die haben jeder 16 Beinchen, kosten jeder Geld und die Leitungstreiber, das sind auch irgendwie 500 Stück oder so. Also das wäre dann wahrscheinlich das Neubauen an der Wand. Ja. Hast du schon mal daran gedacht, das sind ja 30, so Streifenmodule wie 30 parallel separat anzusteuern? Dann müsste es doch auch schneller sein und die zufolge mehr Graustufen hinbekommen. Richtig. Das wäre machbar, denke ich, 30 Kabel ziehen statt einem, also irgendwie zu deinen Tausendenten-Weinchen. Ja. Daran gedacht sicherlich. Die Idee war da in der Richtung eher dann nicht die ganzen Kabel raus zu verlängern, dann irgendwie so eine Lochwasser-Platine daneben zu bauen mit den neuen Freibern. Also ich glaube die Idee wäre dann eher eine Platine zu bauen, wo die Pins an der richtigen Stelle sind, wo dann auch Intelligenz drauf ist, damit man das dann auch schön aufteilen kann. Das ist sicherlich machbar, aber sicherlich auch ein bisschen gefährlich und vielleicht geht es nachher gar nicht mehr. Ja, du hast ja eben von diesen kleinen Schwerverbindungen gesprochen. Genau. Da könnte man auch super dran gehen, um das zu segmentieren. Ja. Dass man einfach damit steckern dran geht und wenn es nicht funktioniert, passen wir in die Brücken rein. Ja. Das geht aus einem Grund nicht. Wir müssen mal gucken, ob ich hier... Wenn man sich dieses Blotscheibbild hier anguckt, dann könnte man durch diese Querstecker, das sind ja praktisch die Schnitte in diesem Schienregister, hier die Bits einspeisen, aber man hätte immer noch diesen durchverbundenen Datenbus. Das heißt, man könnte dann zwar hier die alle unabhängig voneinander clocken, aber hätte immer noch an allen diesen Achtererspalten die gleichen Daten zu einer Zeit. das heißt... Ja, aber die Datenfrequenz, die mit der FPGA ja viel schneller ist. Und das gibt es die Datenantox in den ersten, enden aus dem zweiten, dritten... Ja, aber der FPGA kann das. Genau. Die Schienregister hier nicht, wenn die Daten da jetzt nur für ein hundertstel Zeichen stehen würden, das geht eher. Also man müsste da wahrscheinlich schon den Ansatz von Z machen und da unten hier alle... also den ganzen Teil hier abschneiden und hier direkt daran adaptieren. Das ist aber, glaube ich, ein größtes Projekt. Ja, mal schauen. Also wie viel Speicher hat das denn jetzt? Was denn genau? Also die Wand. Die Wand? Ja. Ja, die Wand hat im Prinzip den Speicher nur in den Schienregistern. Das heißt, wir haben hier 96 mal 8 Bit mal 30 und plus 30 Bit hier unten. Hier unten der Speicher, wenn wir den mal weglassen, das ist ja nicht viel, dann haben wir 23.040 Bit. Okay, ich glaube, das reicht natürlich. Ja, das reicht für ein Bit. Also das ist ungefähr ein Schraubkorn auf so einem modernen USB-Click. Was haben denn diese Teile ursprünglich gekostet und wie viel sind hergestellt worden und wie viel gibt es noch davon? Gibt es da irgendwelche Informationen? Keine Ahnung. Gibt es die Firma noch, die das Ding hergestellt hat? Ja, die Firma gibt es noch. Die hat zum Beispiel in Berlin letztens, oder letztens vor ein paar Jahren, die ganzen Bushanzeigen gemacht. Ah, hab ich das nicht mal gefragt? Soll ich das bekommen und nicht unterstützt? Oder musst du das nicht auslachen? Ja, ne, gefragt haben wir nicht, die haben uns mal kontaktiert, aber was Teufel nicht hat und was ihnen nicht gefallen hat. Ja, ja, bitte. Also die haben gesagt, sie könnten da mal Pläne raussuchen, aber da waren wir schon mit dem Reverse Engineering durch. Das ist gefallen. Ich kann die Frage wiederholen, was wir denn da geschrieben hätten und das hat der Firma nicht gefallen. Das werde ich jetzt selbstverständlich hier nicht wiederholen, ich erzähle es ja später. Ja gut, wenn noch weitere Fragen sind, ja, gleich fangen wir mit Abbau an, bis dahin stehen wir auf unsere Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.